hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at porsche ja habe ich baby milch eine baby milch kaufen ich muss baby milch kaufen das machen wir gerade als erstes ich hoffe der laden hat schon offen und mint schenken wir gerade was du bist jeden tag so beschäftigt vergiss nicht dich auszuruhen keine sorge magst du sowas auch nicht was magst du eigentlich mint baby milch limbo haben wir noch ich glaube es gibt nicht viel was der mint mag ach so von der handelsgilde ja so mädels füttern das ist meine ernte von heute hier bitte danke so papa und du natürlich auch so schatzi guten morgen meine süße lieblings stelle nur vor du wärst nie nach porsche gekommen wird es trotzdem genauso aussehen wäre ich noch hier ist es komisch darüber nachzudenken was ich gebe ein küsschen ein küsschen in ehren kann auch may nicht verwehren einsortieren bitte irgendwas vergessen nö sieht nicht so aus haben wir irgendwelche sachen hier fertig regale taschen hartholz die will ich ja verkaufen die lassen wir drin die verkaufen wir auch oh ja du brauchst wieder du brauchst dann kriegt ihr hier auch gerade nicht dass wir das vergessen und ihr dann hungert das wäre nicht gut so dann können wir gerade bei der handelsgilde vorbei kurz kurz hallo sagen und kurz den vergleichstest da machen dann müssen wir bei ginger vorbei der noch unsere aufwartung machen oder halt einfach gute freundin besuchen die nicht raus kann das passt nicht das passt nicht das da oben sieht auch nicht so gut aus einer fehlt noch da das ist nicht in ordnung 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 das sieht alles gleich aus wo ist denn da der unterschied geht ähm Ich sehe gerade nichts. Seht ihr was? Das muss ich raten, ganz ehrlich. Da muss ich jetzt echt raten. Ich sehe nämlich nichts. Okay, ich habe es gefunden. Was auch immer es war. Da sind es zwei. Okay. Da haben wir einen. Und da haben wir den Dreck. Das ist schon mal einfach. Das ist auch noch einfach. Das passt auch noch nicht. Das auch nicht. Hi, Antoine. Hi. Sie denken, dass du ziemlich gut bist. Und vergleichen dich mit... Mit wem habe ich jetzt nicht gesehen? Magst du einen Staubwedel? Nicht so wirklich. Nicht wirklich. Aber wir können noch ein paar Sachen verkaufen jetzt. Oh, ein Mint-Hallo sagen. Achso, haben wir es schon. Stimmt. Das war, wo wir die Milch geholt haben. Ich entsinne mich. Ginger müssen wir noch Hallo sagen. Kriegt zur Feier des Tages mal einen Rosenstrauß. Marta kriegt auch mal ein Blümchen. Mein Laden ist mein ganzer Stolz. Das sieht echt besonders aus. Danke. Ähm, die kannst du haben. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Den Zim nicht. Die behalte ich auch. Haben wir hier noch irgendwas? Die Kissen. Die Taschen nimmt er hier. Davon könnte ich vielleicht Dings mal eine schenken. Da können wir einige von verkaufen. Da verkaufen wir auch mal 10 Stück von. Das können wir verkaufen. Achso, der hat nicht genug Geld. Für heute hat er sein Budget für 5.000. 13.000 würden wir kriegen. 6.000 würden wir kriegen. Davon kannst du aber mal alle 19 nehmen. Das Messer kannst du haben. Die Brille kannst du haben. Haben wir sonst noch was? Die Schaufel. Sonst noch irgendwas? Taschen. Eine verschenken wir mal. Ja, dann hast du jetzt gleich kein Geld mehr. Oder das behalten wir. Ein Stück Pleite gemacht. Ah, Kyukyu ist auch dort. Sehr schön. Kann man Kyukyu auch gleich was schenken? Wo ist denn Ginger? Glu, glu. Ginger? Ach, Ginger ist in der Kirche. Wir haben Sonntag. Wir haben Sonntag. Hi, Alu. Da ist Miss Ginger natürlich in der Kirche. Wir halten nicht. Ist doch in der Kirche, oder? Gas ist da oben. Emily Alice Oaks. Rosso, Mars, Emily, Gale. Nee, Ginger ist da unten. Okay. Andere Richtung. Ich dachte, die geht auch zur Kirche, aber das tut sie offenbar gar nicht. Das macht wohl nur der Daddy. Sammeln wir die noch ein. Wenn wir schon hier sind, ne? Wenn wir schon hier sind. Hallo, Miss Ginger. Hey. Hey. Ich kreiere geil mit meinen Händen. Es verschönert meinen Tag. Ja, das glaube ich. Das gefällt mir. Danke, aber du musst mir keine Geschenke machen. Ich will aber. Sie ist ja schließlich eine gute Freundin. Oder beste Freundin. Noch nicht PFF, aber beste Freundin immerhin. Inspektion der Handelsgilde ist vorbei. Da können wir jetzt noch ein paar Dings holen. Einmal hier wieder den Weg frei machen. Wie sieht das denn aus mit den ganzen Büschen hier im Weg? Möden Kokon brauchen wir ja immer. kriegen wir halt hier von diesen Bäumen. Deswegen machen wir die auch gerade weg. Aua. Habe ich den versehentlich getroffen? Versehentlich mit dem Hammer getroffen wahrscheinlich. Ey. Das war ein Ballonsee-Igel. Hoppala. Ich dachte, das wäre ein normaler. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Schnee und Blätter fallen runter und gefrorene Äpfel. Schneeblätter und gefrorene Äpfel. Beruhigt dich. Hat mit dem Schwert nicht ganz funktioniert. Hat mit dem Schwert nicht ganz funktioniert. Aber versuchen wir es wert. Koriander nehmen wir noch mit. Wenn der schon hier wächst. So. Und dann gehen wir auch langsam Richtung Heimat. Können noch ein paar Lamas mitnehmen. Weil Fälle brauchen wir ja auch immer. Fälle brauchen wir auch immer. Oh. Da wollte ich hin. Irgendwas zurückgeblieben. Ja. Der wilde Kokon. Und. Sonst nix. Passt. Können wir hier eigentlich wieder was bestücken. Ja. Den hier. Wir brauchen mehr Seegras. Tudum. Eindeutig mehr Seegras. Entschuldigung. Als ich klein war. Ja. Warst du klein. Ups. Salat ist nicht deins. Okay. Eigentlich wollte ich ja hier die Sachen holen. Ja. Und damit sage ich dann noch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.